Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jede erdenkliche Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich wären das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will sechs Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt, für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay, okay. Hier, Jörn. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle in Bede? Was jeder wollen, es geht's! Hurra! Alle man bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Irons, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Badger 0-1 in Bereitschaft. Alle Kapseln einsatzbereit. Verstanden. Landung in Kastra 3159. Wiederhole 3159. Überprüft und verifiziert. Achtung. Alle Mann festhalten. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. 30 Sekunden zum Einstiegspunkt. Hey! Seh dich auf der anderen Seite! Spaceman, schwerer Feindgeschuss in unserem Landevektor! Verstanden. Badger 0-1. Passiv zu 2. Festhalten! Mitchell, das Schock schließen! Komm schon, Mitchell! Jetzt! Mitchell, jetzt! Ja! 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 Landevektor zurückgesetzt! Scheiße! Achtung! Bist du noch am Leben? Mitchell! Die Tür! Die Tür! Verstanden. Haltet die Augen offen, Leute. Haltet die Augen offen. Runter. Hier drüben haben wir Platz. Wir müssen runterspringen. Macht eure Booster bereit. Denkt dran, kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall. Der Kommandoposten sollte da vorne sein. Schieben den Fall. Wer zum Teufel seid ihr? Ranger-Trupp 227 geben Sprengteam 1 Unterstützung. Die sind schon abgerückt. Dachten, ihr werdet tot. Wie ist deren Position? Zwei Kilometer dort festlich. Planquadrat 775. Okay, wir rücken ab. Verstanden. Haltet die Augen offen. Was sind der Karte? Was ist das? Da kommen sie! Ein Schwarm! Alle Mann runter! Drohnen! Drohnen! Heilige Scheiße! In Deckung! In Deckung! Schüsst euch! Niemand an das Geschütz! Mitchell! An das Geschütz! Das Geschütz einsetzen, Soldat! Halte die Drohnen von uns fern! Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist! Auf die Drohnen! EMP bei 50 Prozent! Abfeuern! DMP geladen! Abfeuern! DMP! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Sprengteam finden. Sie haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer. Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus. Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen. Wir müssen uns überlegen. Bank Team 1, ihr Badger 01. Seid ihr da? Over. Wir hören, Badger 01. Wir erinnern uns der Position des Horn und Körper. Wenn wir jetzt die Beleufe vor die Lachen. Verstanden. Wir empfangen. Rücken zur Fußfuhr. Ankunft in 15 Minuten. Verstanden. Wir befinden uns in unserer Position. Over. Okay, beeilen wir uns, Badger-Team. Drohnen! 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 edgewellen! Drohnen! Drohnen! Rücken zur Fuß��herren! ��가는! Drohnen! 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 Drohne! Drohnen! Drohnen!agramaten! Sicher! Rush den U-Bahnwagen! Sie setzen Rauch ein. Warngranate werfen. Die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration. Wir können jetzt nichts mehr für Sie tun. Mitchell, mach das Tor auf. Nicht feuern! Blau! Blau! Identifizieren! Atlas PMC Rettungseinheit. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Also los! Mir nach! Atlas. Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep. Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land ziehen. Nicht meinem alten. Schluss jetzt. Nach vorn bewegt sich was. Patrouille, ausschalten. Kontakt! Ein Uhr! Wind, schaukel, schaukel da! Die Absage um uns zu schieb! Da, kommen noch mehr! Schläge da! Da, sag, schaukel! Eins, schaukel! Das ist nicht der Laden! Wie ist das? Die Mannschaft in die Hand ist, das ist nicht der Laden! Die Hand auf der Seite! Ich habe mich verletzt! Was ist das? Was ist das? Ich habe ihn nicht verletzt. Kontakt, 12 Uhr. Werfe Granate! Werfe Granate! Im Fenster! Feinde verlegt! Spreng Team 1, bitte komm! Scheiße! Wir müssen weiter! Treine! Werste den Hosen! Der Bode stand! Sie sind in den Koffer! Ich habe in dasemmaß! Du bist noch nicht so gut! Wir müssen das Sprengteam finden. Pitch, hier rüber. Hier ist der Havoc-Werfer. Das Sprengteam sollte in der Nähe sein. Hier drüben! Scheiße. Sie sind tot. Okay, okay. Ich sehe Ihre Sprengsätze. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht. Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer in Position. Ich hole die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaff das. Okay. Mitchell, du gehst mit eins. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los! Okay, ich schaff das. Ich bin hier! Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Mitchell, mir nach. Okay, sagen wir dafür, dass diese Männer nicht umsonst gestorben sind. Zwei, drei. Wechsel Ziele. Das Sprengteam ist tot. Wir versuchen, die Mission selbst abzuschließen. Wir versuchen, die Bepaar für die Bepaar für die Bepaar. Die Bepaar für die Bepaar ist der Bepaar. Die Bepaar ist wieder aufgeschlagen. Die Bepaar für die Bepaar ist die Bepaar. Die Bepaar sind noch alle Worte gemacht. Neue Mittel! Wir haben es fast geschafft! Wir schaffen das! Weiter zum Werfer! Die Ladung! Timer läuft jetzt! Ah! Scheiße! Mein Arm ist gebraucht! Tut scheiße weh! Los, zieh! Ah! Scheiße! Scher dich nicht um den Timer! Noch einmal! Zieh! Wir heben ab! Du musst weg! Los! Mitchell! Wir haben keine Zeit! Du musst springen! Jetzt! Ist okay? Seh dich auf deiner Seite! Mitchell! Mitchell! Spaceman! Badger 2 hat's erwischt! Ich brauche einen Rettungstransport! Einen Moment! Ja! Schön durchhalten! Alles wird gut! Wir bringen dich heim! Wir bringen dich heim! Tp., Nach einem zweiten Tag heftiger Gefechte ist es den US Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in vier Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017